Hey, wo ist denn meine... Was suchst du? Meine Zahnstein-Zahncreme. Katja, wo ist meine Zahnstein-Zahncreme? Klaus, wir haben doch jetzt Blendax-Anti-Belag. Die entfernt nicht nur Zahnbelag, sondern schützt auch vor Zahnstein. Der Färbetest vom Blendax-Anti-Belag macht den gefährlichen Zahnbelag sichtbar, der zu Karies und Zahnstein führen kann. Blendax-Anti-Belag entfernt Zahnbelag und schützt vor Karies und Zahnstein. Mensch, sagt das doch Fleisch! Lassen Sie nichts auf Ihre Zähne kommen. Blendax-Anti-Belag